Captain Yuri Watanabe, Lagebericht. Phylicia Hardy, alias Black Cat, wird vermisst und ist vermutlich tot. Gemeinsam mit Magia Don Hammerhead wollte sie die anderen Magia-Familien erpressen. Doch Hardy betrog Hammerhead. Der wiederum schlug mit gestohlenen Sable-Waffen zurück. Brutal. Hardy und das Erpressungsmaterial wurden Opfer seines Angriffs. Jetzt will Hammerhead Blut sehen. Erpressung ist keine Option mehr, also zieht er in den Krieg und hofft, die anderen Magia-Dons zu eliminieren. Dafür hat er sich weitere schwere Waffen angeeignet, die Sable beim Abzug zurückgelassen hat. Wir haben so viel Sable-Ausrüstung wie möglich beschlagnahmt, aber vielleicht nicht genug. Es tobt ein Bandenkrieg und New York steckt mittendrin. Aber vielleicht haben wir jetzt Glück. Die Magia hat Hammerhead im alten Harlem-Sanatorium festgenagelt. Wenn wir seine Männer ablenken, könnte sich ein kleines Team ins Gebäude schleichen und ihn lebend da rausholen. Wir haben nur einen Versuch. Den müssen wir nutzen. Es wird ungemütlich. Bereit, wenn du's bist. Verstanden. Dann werde ich sie mal ablenken. Bereit, meine Herren? Spidey, guck mal. Cool. Das ist gegen die Regel, Lieutenant. Tut mir leid, Captain. Geschenk von meinem Kleinen. Man hat ja nicht jeden Tag mit ihm zu tun, ja? Ich lass es durchgehen. Diesmal. Und jetzt zurück auf Position. Ja, ma'am. Dann mal los. Das ist die Spinne. Habt ihr in die Kunst des Krieges was über Irreführung gelesen? Nein? Könntest du nicht von oben erst her aufschalten? Nein, Moment. Ich glaub das absolut. Ich muss die Aufmerksamkeit der Typen auf mich ziehen. Juri und ihr Team versuchen, Hammerhead zu schnappen. Alle Sonnenstotten so ähnlich wie Hammerhead heißen. Freut mich. Wie wär's mit, äh, Elch? Das ist ein majestätisches Tier. Oder Stachelrochen. Um bei mir in das Thema zu bleiben? Ey, ich mach hier Brainstorming. Nicht einschwinde! Wir haben viele verloren! Hört jetzt, Hammerhead-Leute! Alle auf die Spinne! Hammerhead-Leute gegen den Rest der Magier. Das ist wie eine Party, auf der man alle hat. Schau auf, Jungs! Du schauf willst, dein Einzelner! Die Magier wird dich verdient! Hey! Ich kann mich nicht bewegen! Was ist das? Sack. Ah, Mist. Ja, ich mag dich auch. Ja, ich mag dich auch. Ja, ich mag dich auch. Ewig durch, Jungs. Muss aber auch nicht sein. Ja, ich mag dich auch. Ja, ich mag dich auch. Ja, ich mag dich auch. Du händest wie eine Fliege an der Windschutzscheibe. Die Insektenwitze werden echt alt. Weißt du, dass ihr ihre Schilde geborst habt? Das war's mit dir. Also, ich kenne ja einen mit nem cooleren Schicht. Ja, ich mag dich auch. Ja, ich mag dich auch. Ja, ich mag dich auch. Ungefähr so hart wie erwartet. Mal hören, was Juri macht. Okay, ich hab gedacht, wir sollen hier rein. Hm. So, war doch richtig. Ich hatte nur die Klammer, äh, die kann man hier engdeckt. Hey Juri, draußen ist alles klar. Ja, wie geht's? Wie geht's deinem Team? Ah, schlechter Empfang. Sie muss wohl im Keller sein oder so. Ich muss ihr hinterher. Hm. Oh, toll. Schön gruselig. Hier spukt es bestimmt nicht. Ich weiß, Juri kommt schon zurecht, aber irgendwas stimmt da drin nicht. Ich muss hier hinterher. Sieht aus wie ein Ehrenhaus. Hoffentlich gibt's hier keine Klogeister. Die dreckigen Cops glauben sie, dass sie einfach so in Magia Gebiet kommen. Aber das geht nicht. Das ist unsere Stadt. Unsere Stadt! Und niemand, keine Cops, kein Hammerhead, niemand, stellt sich uns in den Weg. Nein, Sir. Das werden sie büßen. Das werden sie büßen und ich nehme mir ihr Zeug. Und sie sind tot, ehe sie sich's versehen. Ja, Sir. Sieht nach Hammerheads Operationsbasis aus, aber kein Hammerhead. Und keine Juri. Hm. Sie haben um Bezirke gespielt. Darum wer die Kontrolle bekommt, wenn der Rest der Magia raus ist. Na, viel Glück. Neu-Jorker werden gerne herumkommandiert. Hm, was haben wir denn noch hier? Die anderen Magiadons. Sehr subtil. Don Mocchio. Er soll wirklich kreativ sein. Don Cicero. Big C. Ein mieser Anwalt und ein noch mieserer Mensch, wenn das möglich wäre. Don Fortunato. Praktisch der Magia-Anführer. Sein Sohn will angeblich aus dem Geschäft aussteigen. Don Costa. Er hat viele Unschuldige umbringen lassen. Man sollte ihn bestrafen. Hm. Noch irgendwas? Ne, das war's alles. Juri! Das klang nicht gut. Ich muss zu ihr. Schnell! Auch ne Abkürzung. Na? Hier muss doch irgendwo ein Schacht sein. Wo kamen die denn her? Wen kümmert's? Überall Cops. Und die Spinne ist auch hier. Wir schalten sie aus. Wir schalten alle aus. Weißt du, was du dir brauchst? Ich sollte diesen Kerl aus dem Weg räumen. Wir missfachen. Mach's dir gemütlich. Nein. Im Ernst? Oh ja. Du hast mal versucht. Und? Emma hat richtig fast das Ohr ab. Mit allem, was dranhängt. Oh ja. Ja. Also frag nicht was Ingebrau ist. Ich verstehe. Alles klar. Gut. Okay. Ich hab's mir nicht eingebildet. Ja. Wahrscheinlich der Wind oder so. Ja. Und jetzt der Rest. Ah Mist. Musste da gerade jemand reinkommen. Er hört nicht so aus zu springen. Ja. 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 Jünger. Ja. Gute Frage. Hm, hier gehst du nicht rein. Achso. Sable-Technologie. Aber was ist das andere Zeug? Und wie hat Hammerhead es in die Flossen gekriegt? Ganz schön viel Zeug zum Livestreamen. Von Screwball gibst du dafür sofort einen Daumen runter. Das ist neu. Wirkt zu professionell für ein Hammerhead-Produkt. Überwachungs-Videos. Juri muss da doch auch drauf sein. Ich muss sofort da rein. Sie haben das Sicherheitssystem umfunktioniert. Na los, Juri. Also ich hab ja Manieren. Wenn es klopft, sag ich herein. Nein. Aber ihr musstet euch reinschleichen. Das ist das Problem mit euch neuen Cops. Kein Respekt. Feigling! Klar, früher mal. Da hatten wir euren Respekt. Ihr schlug zu, wir schlugen zurück. Zeigten euch euren Platz. Lärten euch das fürchten. Aber jetzt. Jetzt glaubt ihr eine steife Brise, wirft euch auf. Die Furcht muss zurückkehren. Waffe fallen lassen. Hände hinter den Kopf. Eher nicht. Captain. Es tut mir leid. Na los. Sofort. Da ist sie. Da ist die Furcht. Na los, Kettner. Tun sie's. Yuri! Yuri, man bestow! Da ist sie. Na los, ich will. черter. Die Furcht. Der am Ende. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Verاح. Ich bin, ich bin, ich bin. Es tut mir, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin. Oh, oh, oh. Juri, bist du wirklich okay? Ja, ich muss nur mal kurz durchatmen. Lass mich helfen. Ich suche Hammerhead, finde heraus, was er plant. Du brauchst Zeit für dich. Das wäre gut. Ich muss den Familien meiner Leute sagen, was passiert ist. Aber halt mich nicht da raus. Wenn du was rausfindest, sag's mir. Versprochen, wir stoppen den Kerl Juri. Nein, nicht stoppen. Wir nageln ihn an die Wand. Hammerhead hat's jetzt persönlich gemacht. Ich kann das nicht weiter zulassen. Seine Männer hängen angeblich in der Bar ohne Namen rum. Ich werde dort mit der Jagd beginnen. Oh, wei, wei. Na gut, dann wollen wir mal Jagd auf Hammerhead machen. DiaPR Senator Nussberg. Ja. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020